Hallo, ich bin die Kathi Schützenhöfer, ich bin 29 Jahre alt, 1,75 m groß und bin die Verteidigerin im Team. Hallo, ich bin die Franzi Friedl, ich bin 25 Jahre alt, bin 1,83 m groß, bin eigentlich universal, aber mit der Kathi Blockspielerin. Mein größter sportlicher Erfolg würde ich sagen, ich habe zweimal auf der World Tour eine Medaille gewonnen, einmal in Budapest, einen dritten Platz und einmal in der Ukraine einen zweiten Platz und ich würde sagen, dass das meine größten Hervorgen waren. Also unser Highlight wird heuer die Europameisterschaft in Wien und ich freue mich enorm, da mit der Franzi den Center Court zu rocken. Ja und darüber hinaus, ich glaube, werden die Staatsmeisterschaften auch sicher richtig cool. Ja, ich glaube auch, also die Europameisterschaft auf jeden Fall, dann die Staats- und auch das Baden Future, glaube ich, ist ein großer Punkt auf unserem Kalender, der sicher auch cool wird, auf den freuen wir uns auch schon.